Willkommen zum 81. Part von GTA 4, The Lost and Damned. Mein Name ist Kumbach, es ist eine Ehre für Sie, diesen Part aufnehmen zu dürfen und wir sind endlich in der, ja, in der Mission von GTA 4 angekommen. Die heilige, die ehrwürdige Trinität, die einzige Mission, an der alle drei Hauptcharaktere von GTA 4 beteiligt sind. Und Leute, ich bin halt. Let's fucking go. Let's fucking do this. Schöne mir der Zombie. Mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, das jetzt aus der anderen Sicht zu entdecken. Geh ins Libetonian. Wird gemacht. Hier über den Seiten der Gang gehe ich mal von raus. Ja, nehmen wir auch mal direkt hier, wie wäre es mit der Waffe? Ja, muss ich direkt vorbereitet sein. Wir wissen ja, was abgehen wird. Triff Nico beim Lieferanteneingang. Ah, hier ist auch direkt in der Rüstung. Sehr schön. Okay. La 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 la. Na, sammeln sich nur noch ein paar Leute, ein paar Mafiosi machen sich bereit, dass dieser Deal hoffentlich, ja, ohne Probleme vonstatten geht. Ne, ja, ist ja gut. So, auf zum Lieferanteneingang. Auf geht's, Leute. Hey, hey, all right, man. How's it going? Hey, good to see you again. Yeah, likewise. Let's hope this goes a little better than before, yeah? Yeah, yeah. Come on, let's get inside. My child. Gentlemen, 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 talk about the precautions. You know how things are. No problem. Let's do this. Okay, let's see the stuff, gentlemen. Maury, come over here. Whoa, 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 whoa. Since we have a little show and tell, let's see some money. Maury, of course, no problem. No problem. There it is. Beautiful, huh? Unmarked bills. No history, no need to launder. Good. Nico, show them the stuff. Get in there, Maury. Isaac, look at them. Gorgeous, huh? Like condensed money. Hey, Isaac, these are great. Rest of you motherfuckers want to die? Do something stupid, okay? Fuck you! Just get the shit, man. Come on! Und so beginnt es. Flüchte aus den Lübertonien. Jim hat uns nicht mehr geschickt. Jetzt war, wo sollst du... Ja, meine Fresse. Jedes Mal sagen sie mir das. Meine verfickte Scheiße. Ja, kommt doch endlich her. Clay, dude, grab Terry and get your asses to the Lübertonians. I need some help. I'll see you at the north door, man. You've started such as an exhibit shit. We're coming. Don't try to make this exciting, pal. I've had enough of you. You think I'm a ghost, huh? You're dead, man. Oh, von wo? Oh, das ist ein All-Out-Warfare. Juden-Gangs sind da. Die Mafiosi sind da. Nico ist da. Gay-Tonis, Leute. Das wird ja lustig. So. Die Shotgun ist eine gute Idee, glaube ich, auf die Distanz. Los geht's. Die Waffe, die mir definitiv nicht nur einen halben Steifen gibt, so. So, auf die Distanz brauchen wir ja die Waffe, die Micro-SMG und die M4. So, wir flüchten natürlich über einen anderen Weg. Als Nico. Der Typ lebt das irgendeinem Grund immer noch. Was soll das? Und dann eigentlich flüchten wir über die gleiche Route wie Nico. Trotzdem begegnen wir uns nicht. Ich meine, ich werde ja in Dashie sein, hm? Oder sind die Leichen alle schon von Nico gemacht worden, wahrscheinlich. Ja. Ich glaube, das ist Nicos Spur von Leichen. So. Ich will nicht, dass dieser Nico Bellic für mich kommen wird. Der Typ ist der Ring. Ja. Ja. Seht ihr, das sind alles die Leichen von Nico. Ja. Der ist schon vorher entlang. Interessant, weißt du? Weil eigentlich kriegt man den Eindruck, okay. Eigentlich kriegt man den Eindruck, äh, Johnny. Also aus Nicos Sicht gibt es eigentlich, dass Johnny vorher geflüchtet ist. Aber hier ist ganz klar, dass Nico schon vorher abgehauen ist und hier alles abgeschlachtet hat. Wir wissen ja, was für eine Ein-Mann-Armee Nico Bellic ist. Aber interessant. Das heißt, Nico hat sich schneller durchgekämpft, dass wir das haben. Very interesting. Erledige Raze-Jungs. Ja, stimmt. Raze-Jungs sind jetzt gegen uns, weil wir das Geld an uns genommen haben. Nein, nein, in der Fresse. Aber wieso? Was mich der Frage ist, warum kämpft man den direkt gegen Raze-Leute? Erst Nico berichtet doch später, dass Johnny das Geld zu spielern hat. Ja, warte mal. Da muss ich jetzt aufpassen. Aber wir wissen doch, wann sind wir hier. Ja, unser Gas ist. Du bist jetzt... Du bist schützig, wenn du es angeht. Du bist nicht davonsteig. Du bist du in den K. Ich weiß, was ich jetzt live. Ja, das ist ein Album. Der 마지막 Mal geht um, wenn ich heute sage. Ja, du bist immer hier. Ich weiß, wie ich das hier. Oh, you kiddies are two-faced pricks. Fuck you! I'm the best idea, yo man, what's over? We stand at my face, though. Ah! Son's of bitches! We're gonna wait for a while. We're gonna wait for a while. We're gonna wait for a while. So, oops. Copyright, copyright. I'm hunting you down, assholes. Huh? You better You better hope you kill me! Yo, we're gonna wait for a while. Pass. So, Terence and Clay. Lass es abhauen hier. Reicht das. Ach man, das gibt's doch nett, Alter. Das gibt's doch nett. Könntest du mir denn nicht erklären, ey? Ich versuche, irgendwas adäquates zu finden, womit wir abhauen können. Oder wir haben einfach mit dem abhauen, so machen wir das. Nein, 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 nein. Lock hier mich nicht. Yo, war das knapp, ey. Ach, du Scheiße. Bruder Johnny. James, where are you, man? I need to give you something. Ja. Höh. 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 Sehr gut. Ich wusste nicht, dass das geht. Das ist ja auch mein Fach. Alter. Da haben wir sogar hier den Direkt hinter uns und Hilfe zweck. Nice. Coolio. Coolio sag ich da noch. So, auf geht's. Wir geben das Geld ab und dann haben wir die Trinität geschafft. Höh. 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 Aber ist auch interessant, dass Nicos Rampage und Slaughter dafür gesorgt hat, dass wir ja kaum Gegner erledigen mussten. Höh. Da hat sich recht, dass wir dieselbe Rute flüchten wie Nico und nur, dass Nico vor uns gepflüchtet ist. Irgendwie da schon Ray auf eine bestimmte Bescheid gegeben hat, dass wir das Geld geklaut haben und deswegen Rays Jungs dann sofort hinter uns her waren. Also weird, aber okay. Schon deswegen muss Nico später, oder wird Nico später zwei Lost MC-Guys erledigen? Zwar. Digi deportet sogar unser... Okay, Ray ist natürlich jetzt nicht begeistert. Damit hat man sich einen mächtigen Feind gemacht. Aber gut, so. Dann rufen wir den kleinen Nummer an. Wir müssen mit dem Zombie... Zombies, 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 Zombies... In your head, in your head... Sambie, Sambie, Sambie... Was? Was sind das für Filme? Ich lese das mal nicht vor. What the fuck? Better believe, all over again, it's more Dragon... Egal. Danke schön. Wir treffen uns bei Ray... Oh oh. Oh oh. Oh oh. Was? Was hat sie gerade gesagt? Was? Was war das? Ich fahr mal da rüber, weil jetzt fällt mir gerade spontan ein, dass Christopherus diese Comedy-Show sehen wollte. Aber ich hab keine Ahnung, wo genau die jetzt ist in der Innenstadt. Nice that it. Von daher... Joa, ne? Lipp der Lachs da in die Richtung schon bestimmt. Hab ich gehört. Oh genau. Es war irgendwo da in der Innenstadt da. Ich weiß nicht, ob es direkt beim Broadway war oder an irgendeiner... Seitenstraße davon oder irgendeiner Straße davor oder sonst was. Aber irgendwie war diese Comedy-Show. Yes. Museum. Music venue? Nee. Okay, now is that. So. Aber der Burger-Shot... Hm. And you're just wonderful music. Ich schau mal nach. Warte mal. So. Ich hab mal rausgetippt. GTA 4 Comedy Club. Äh... Bilder. Also doch in der Seitenstraße. Split Sides. Äh... Da ging... In der Nähe von United Liberty Paper. Verstehe. Ähm... Dann ist das sogar... Wenn wir in die Map reingehen. Ja. Das ist dann ungefähr da. Dann holen wir uns das hier. So. Ja. Mal schön umdrehen. Mal gerade durch. Das... Aha. Wenn ich denk mir so... Ne. Wenn ich jetzt grad dran denke. Dann... Und wir hier in der Nähe davon sind. Können wir's auch mal machen. Und eine dieser Comedy-Shows... Äh... Ja. Erleben. Ich weiß nicht. Hier ist es. Split Side. Ricky Gervais steht da auch drauf. Ja. Mal schauen ob ihr noch bekommen oder... Nee. Franky Boyle. Hey Dad. Was ist Binko? Was ist Binko? Was? Was? Was ist Binko? Was ist Binko? Oh women don't know how to wank us off. I dunno if I've turned that to an Al Jolson number there. I don't know how to wank us off mammy! Mammy I wish I hadn't said that. Women are actually better with their hands than men. I mean admittedly, if you get a woman who doesn't know what she's doing, it can be a bit like having someone with Parkinson's Disease. Oh ho ho. Trying to unblock a sink. Was a guy who doesn't know what he's doing with his hands like? It's like a hungry child wearing oven gloves, trying to get beetroot out of a jar. Ha, 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 ha. Never understood how you get into, like, kinky sex, your partner. Must be a point where you bring it up in conversation over dinner or something. Darling, you know that mug tea we've got in the kitchen? That's the one. I'd like to stick it up your arse tonight. Is that how you start? I mean, you'd be frightened that they said no, but you'd be a lot more frightened that they said yes. Yes, why not? Get the sandwich maker and the lava lamp out. Let's make a fucking night of it. I've got children now. I've got a wee boy. He's 11 months. Starting to get a bit fucking sick of him, to be honest. I've got a wee girl as well. She's four. And you know what no one tells you? Kids are a fantastic way of meeting women. They're a real conversation starter. Especially if you get them little cute tops that say future DJ. That kind of thing. So my daughter's four. I've got a lovely little pink top that says, my mummy's dead. Ho, ho, ho. I don't know. But daddy's single. Do you know the thing with kids? Is that sometimes you're just in that kid mode and you don't even have them with you. And you'll just say things that have never been said in human history. I went to the supermarket a couple of weeks ago. I didn't have the kids with me, but I was in that mode. And I picked up the cheese and I went, hello Mr. Cheese. And this guy was saying we got really angry. Because he thought I was talking to him. And I had to turn to this guy and go, I wasn't talking to you, mate. I was talking to the cheese. I'm not scared. I was having breakfast with my daughter a couple of weeks ago. And she goes, daddy, what's the best thing in the world? So I didn't even have to think about it, right? I said, darling, you're the best thing in the world. I don't even have to think about it. It's definitely you. And she sat there for a bit. And then she went, for me it's sausages. Hey, I'm glad you're talking to you, motherfuckers. Bye bye. Yeah, it was decent. Okay, there were a few funny things in it. A few funny things in it. But here we have Cat Williams, Frankie Boyle we just saw and Ricky Gervais. We have another show here. I have to go on the block or something. Because a certain member of the viewers have a Ricky here. So let's go on the block. That's a little bit too. With a little bit of a circle, but a little bit of a circle. Or a little bit of a circle. To get a little more detail. That's nice. I have to go on the block. Very nice. Okay. Or is it time to reset that? Yeah, probably when he slept or something. Hmm. Na gut. Dann machen wir erstmal den Gang War in der Nähe von Raybochino. Cappuccino. Oh yeah. Dann kann ja dieser anonyme Zuschauer Kappa mal sagen, hat's ihm gefallen. Will er unbedingt noch Ricky. Wahrscheinlich wird's unbedingt noch Ricky haben und sehen. Von daher, ja. Vollgas, sag ich nur. Aber jetzt werde ich's schon wieder vergessen. Hier haben wir einmal... Kannst du wirklich sein, den ich überhaupt einmal daran erinnert habe? Das ist schon Erfolg. Aber jetzt werde ich jetzt wieder, weil ich denke, weil mein Kopf sich denkt Aufgabe erledigt. Ja, muss man eingenehm haben. Wunderbare, schlechte Radio Soundeffekte. Ja, ja. Zwischensequenzikern interessiert. Ja, ja. Zwischensequenzikern interessiert. Zumindest da bin ich glücklich, nachdem Biddy verhaftet wurde, wurde das Schreckchen Wort Deadbeat wenigstens nicht mehr so häufig benutzt. Das ist eindeutig eine Gönnung für uns alle. Nicht nur für mich, sondern auch für euch. Nicht mehr 500.000 Mal Deadbeats sagen, ey, das ist äh... Ja, ich sag dir besser. Fade like the old days. Ja, Digi, du bist auch ne alte kaputte... Ja... Kassette. So... Ja, das ist halt so lustig. Das fällt mir gerade ein, so... In meiner Generation zu sein, ist halt sehr interessant, weil... Wir genau zu der Zeit mit Kinder waren, oder beziehungsweise Jugendliche waren, wo gerade diese technische Revolution richtig losging. Das war not bad. Was weird ist, wenn sie... So... Jetzt werden wieder ein paar unserer Jungs sterben. Sehr schön. Na, wer ist nächstes Mal gestorben? Du will. Will der mich umbiken, oder? Egal. Ne, das ist das Problem, wenn du... Wenn deine Verbündeten so aussehen wie du, und deine Gegner so aussehen wie du, dann... Weißt du auch nicht mal, wen du abknallen sollst, weil alles fucking Biker-Leute sind, ne? Dann verstehe, was ich meine. Aber gut, ne? Das war ein interessantes Thema. Verdammt. Was war's? Mein Kopf ist komplett leer. Ich werde es nachschauen. So, mal schauen. Was passiert hier mit Ray? Ich glaube nichts Gutes. Was ist es wert? Das war's. Warum ist er überhaupt zu Ray gegangen? Sehr dumm. Wo kommt들. Das ist ein Mensch. Was tröten hier passiert? fucking hell! Stop, du h puedesas! spikes! anything? attacke doet ah?! Ahhhhhhhhhh Das ist lustig. Du musst das Scheiße ausbauen, Ray. Das ist nicht so cool. Ich habe Ashley verletzt, mein Freund. Und jetzt werde ich dich verletzt. Wo sind meine Scheiße? Verletzt dich, Ray. Geh' weiter. Du bist der Scheiße, Guggen? Nein! Ich schraub ihn! Nein! Aber ich kann das nicht wegnehmen! Verletzt dich das mal! Verletzt dich! Verletzt dich! Verletzt dich! Verletzt dich wie ein paar Mädels. Billy hat mich richtig mit beiden. Ich habe die Leute in jedem corner. Wo sind Sie hin? Ich will dir nach dem späteren. Uh, nasty. Ray hat natürlich recht, ich meine, sie haben Ray verarscht. Von daher, trifft nicht mehr der Ashley. Aber gut. Eieiei, ah, nasty, man. Aber bevor wir uns mit Ashley treffen, werde ich an dieser Stelle natürlich den Part beenden. Wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein und schau, dann sehen wir, wie es weitergeht.